Dies ist die Eingangshalle des alten, von 1839 bis 1879 erbauten Anhalterbahnhof. Es muss ein wahrliches Meisterwerk der Bautechnik gewesen sein, wenn man nur diese wahrscheinlich rekonstruierte Vorhalle sieht. Im Zweiten Weltkrieg zerstört. Wie so vieles in Berlin wurde er beinahe vollkommen zerstört, oder man kann sagen vollkommen zerstört. Er steht als Mahnmal gegen den Krieg. Er wurde nicht wieder aufgebaut wie viele andere Häuser und Gebäude und Bahnhöfen. ihn hat man gelassen, wie er ist. Trotzdem bis heute noch sehenswert. Wahrscheinlich ein fantastisches Bauwerk, das verloren ging. Ja, der Anhalterbahnhof. Alles Gute. Herzlichen Dank. Vielen Dank.